Mein Name ist Thomas Grundmann. Ich bin Professor für Theoretische Philosophie an der Universität zu Köln, wo wir hier auch gerade gemütlich miteinander plaudern. Meine Schwerpunkte sind im Bereich der Theoretischen Philosophie Erkenntnistheorie, Philosophie der Philosophie, also Metaphilosophie, sagt man auch, und Philosophie des Geistes. Also was mir ganz besonders wichtig ist, ist meine Theorie guter Gründe. Es ist für Philosophen ganz lange unklar gewesen, was gute Gründe sind. Viele denken erstmal an Argumente, aber Argumente sind klarerweise nicht ausreichend, um das zu charakterisieren. Weil erstens hängen Argumente immer an Prämissen, die ja ihrerseits wieder begründet werden müssen. Und so merkt man sehr schnell, okay, das führt in so eine Art Regress. Argumente sind eigentlich nur bestenfalls Weiterleiter von guten Gründen, die irgendwo reinkommen müssen. Ich vergleiche das immer mit dem Bild einer Wasserleitung. Da kann wunderbar Wasser weitergeleitet werden, aber wenn da keins reinkommt, dann nützt halt das ganze System nichts. Und so ist es auch mit den Argumenten. Die sind quasi auf Sand gebaut, solange da nichts reinkommt. Das andere ist auch, Argumente werden oft auch verstanden als im Dialog eingesetzte öffentliche Begründungen. Und für mich ist auch ganz klar, dass Gründe nicht immer öffentlich sind, sondern auch privat sein können. Wenn ich von jemandem gefragt werde, ob ich Kopfschmerzen hat, der mich für einen Simulanten hält. Und ich sage, ja, für meine Antwort, dass ich Kopfschmerzen habe, ist das Faktum, dass ich Kopfschmerzen empfinde, der beste Grund, den ich haben kann. Ich muss nicht auf irgendwelche Scans gucken, ich muss keinen Arzt fragen, ich muss mir kein Verhalten angucken. Ich merke das einfach. Aber dieser private Grund ist für niemand anders ein guter Grund. Weil wenn ich demjenigen, der mich für einen Simulanten hält oder möglicherweise für einen Simulanten hält, sage, naja, ich empfinde jetzt gerade Kopfschmerzen, dann sagt er, hm, das ist kein guter Grund für mich, weil wenn er simuliert, wird er mir genau das sagen. Das heißt, manche Gründe gehen gar nicht ein in den öffentlichen Diskurs. Und wenn sie zitiert werden, nützen sie nichts. Kurz, Argumente oder Argumentationen, die sind oft nicht ausreichend, weil die Basis fehlt und sie sind oft irgendwie auch nur ein Teilbereich der Gründe. Und deswegen haben sich Philosophen lange gefragt, was sind denn gute Gründe, was sind gerechtfertigte Meinungen, wie ist sowas möglich? Die coole, kurze Antwort von einem Philosophen namens Alvin Goldman lautete, Meinungen sind gerechtfertigt oder gut begründet, wenn sie auf Methoden oder Prozessen oder Verfahren beruhen, die zuverlässig sind. Zuverlässigkeit heißt nichts anderes, als dass die Methoden häufig zu wahren Ergebnissen führen. Es kommen auch noch andere interessante Ergebnisse raus, zum Beispiel, dass wir nicht immer die Gründe, die wir für eine Meinung haben, präsent haben müssen. Das muss ja nur tatsächlich so sein. Wenn man also irgendwann mal aus guten Quellen, zum Beispiel guten Zeitschriften oder guten Büchern, bestimmte Dinge entnommen hat und man heute gar nicht mehr erinnern kann, aus welchen Büchern das genau war, man diese Meinung immer noch hat, dann gilt die immer noch als gerechtfertigt, wenn die Quelle tatsächlich zuverlässig war. Ganz unabhängig davon, ob wir jetzt angeben können, was die Quelle war und begründen können, ob sie zuverlässig war. Das alles ist hier gar nicht nötig. Und das ist sicher eine Stärke, denn ein Großteil unserer Meinungen, die wir haben, für die können wir nicht angeben, was die wirklichen Gründe sind. Oft haben wir auch keine. Im Grunde macht diese Theorie Rechtfertigung zu einfach, wenn die Welt mitspielt, wenn die Verfahren zuverlässig sind, dann hat man ganz viele gerechtfertigte Meinungen. Und ein Problem, was die Erkenntnistheoretiker seit Anbeginn gewissermaßen immer bewegt hatte, nämlich, dass man skeptische Probleme hat, schien ganz zu verschwinden. Die Skeptiker sagen, es gibt erkenntnistheoretische Gründe, warum aus grundsätzlichen Gründen wir zumindest so, wie wir gebaut sind und mit den kognitiven Fähigkeiten, die wir haben, wir entweder kein Wissen erreichen können oder keine gerechtfertigten Meinungen. Und es müssen aber erkenntnistheoretische Gründe sein. Es kann natürlich auch sein, dass wir kein Wissen haben, weil es da nichts gibt zu wissen. Etwa der Irrtumstheoretiker in der Moral sagt, wir haben alle möglichen moralischen Meinungen, aber es gibt keine moralische Realität und deswegen sind die alle falsch. Also haben wir kein Wissen. Aber das ist sicher kein Skeptiker. Das ist eben ein Nihilist oder so. Ja, der glaubt eben, da gibt es keine Fakten. Wenn es keine Fakten gibt, zwar kein Wissen. Aber der erkenntnistheoretische Skeptiker, der muss zeigen, dass es ein erkenntnistheoretisches Problem gibt, nicht irgendwie ein Problem in der Welt, dass es da keine Fakten gibt. Und wenn man sich fragt, ob man gerechtfertigte Meinungen hat, ja, dann kann man ja wieder mit zuverlässigen Methoden die Antworten finden. Und so hat man eigentlich gar kein skeptisches Problem mehr. Das kann nicht sein. Vielleicht ist der Skeptizismus am Ende falsch, aber er muss irgendwie, es muss zumindest ein plausibles und verstehbares Problem sein. Ein Buch, was ich in den 2000ern geschrieben habe, Der Wahrheit auf der Spur heißt das, war der Versuch, diese, ich nenne sie mal, Zuverlässigkeitstheorie der guten Gründe gegen diesen Einwand zu verteidigen. Und zwar auf die folgende Weise, wenn nämlich Rechtfertigung oder gut begründete Meinungen diesen objektiven Wahrheitszusammenhang verlangt, dann kann man sich natürlich als offene Frage stellen, ob denn die Gründe, die vermeintlich rechtfertigen, tatsächlich diesen objektiven Wahrheitszusammenhang haben. Und wenn man sich diese Frage als offene Frage stellt, dann sollte man nicht dieselben Methoden wählen, die man bewertet, um es zu beantworten. Das wäre so, als wenn ich fragen würde, geht die Uhr richtig und ich schaue auf die Uhr, um zu beantworten, dass sie richtig geht. Aber das beantwortet sicher meine Frage nicht auf eine gute Weise. Auch der Zuverlässigkeitstheoretiker kann sagen, ich möchte eine nicht zirkuläre Antwort auf die Frage, ob meine grundlegenden kognitiven Vermögen wie Wahrnehmung, Introspektion oder andere Dinge zuverlässig sind. Und man sieht nicht, wie man diese Frage problemlos beantworten kann. Und da habe ich das Problem des Skeptizismus lokalisiert. Daraus folgt nicht, dass wir keinerlei gerechtfertigten Meinungen haben, sondern es folgt nur, dass wir bestimmte epistemische Ziele nicht gut erfüllen können, wenn wir so globale Fragen stellen. Es ist eine interessante Frage, wie man eigentlich Theorien, woher die überhaupt kommen, wie man die aufgreift, wie man die weiterentwickelt. Ich war ursprünglich gar kein Externalist, sondern auch Internalist, wie alle anderen auch zu dem Zeitpunkt, und war viel mehr interessiert am Problem des Skeptizismus. Und dann stellte ich fest, alle internalistischen Positionen, die sich so durchging, konnten wir eigentlich die skeptische Position gar nicht gut erklären. Wenn man sie nur konsequent zu Ende dachte, stellt man fest, das waren verrückte Anforderungen, die von vornherein einfach unerfüllbar waren, oder es war viel zu schwach. Und dann stieß ich eben auf diese Theorien, und die gaben mir plötzlich gute Antworten auf diese Fragen. Und dann habe ich erst die Theorien genauer studiert und festgestellt, dass sie auch unabhängig vom skeptischen Problem attraktiv waren. Ich konnte aber jetzt meine gute Kenntnis des Skeptizismus anwenden, weil ich dann feststellte, in der Debatte spielte tatsächlich die These, dass der Reliabilist oder dieser Zuverlässigkeitstheoretiker den Skeptizismus nicht erklären konnte, eine ganz wesentliche Rolle. Und ich hatte ja vorher schon gesehen, doch doch, genau der und nur der konnte das, sodass ich das verbinden konnte. Ich beschäftige mich jetzt vor allem mit metaphilosophischen Fragen, und da sind zwei im Vordergrund. Das eine ist, wenn es viel Dissens gibt in der Philosophie, und das gibt's offenkundig, denn es gibt festgefahrene Debatten über alles Mögliche. Das sind oft festgefressene Debatten, die nicht zwischen Personen bestehen, die irgendwie wechselseitig die Argumente nicht zur Kenntnis nehmen, sondern ganz im Gegenteil. Die kennen die wechselseitigen Argumente sehr, sehr gut, haben alles ausgetauscht, und trotzdem bleiben sie bei ihrem Dissens. Und der Verdacht ist, wenn es solche Dissense in einer Disziplin gibt, dann untergräbt das irgendwie die Glaubwürdigkeit der Disziplin. Es kann entweder heißen, dass die ganze Disziplin unzuverlässig ist, weil zu viele Falschheiten daraus kommen, oder es kann auch bedeuten, dass wenn es solche Dissense gibt, wir zumindest in den Dissensen uns des Urteils enthalten müssen. Und das hieß hier eben, in der Philosophie müssen wir uns praktisch überall des Urteils enthalten. Zunächst mal, wenn man Laien mit dem Problem des Dissenses konfrontiert, dann sagt der Laie, na gut, wenn dir jemand widerspricht, dann bleibst du so lange bei deinem eigenen Urteil, bis er dich mit seinen Argumenten überzeugt hat. Wenn es diese festgefressenen Debatten gibt, ja dann überzeugt er dich offenbar nicht mit seinem Urteil, und dann solltest du bei deinem Urteil bleiben. Aber ich glaube, das ist zu simpel. Stellen wir uns mal kurz vor, zwei Leute machen einfache Kopfrechenarbeit. Die haben im Grunde dieselbe Rechenaufgabe. Sie sind bisher, das wissen sie voneinander, ungefähr gleich gut. Jetzt kommen sie zum Ergebnis. Der eine sagt irgendwie einen Betrag und der andere kommt zum leicht anderen Betrag. Was würde man sagen, ist da rational? Ich glaube, die natürliche Reaktion ist, zu sagen, dann muss man sich des Urteils enthalten, solange man nicht Hilfsmittel jetzt bekommt. Und das zeigt, dass dieses soziologische Faktum, das ein anderer einem widerspricht, selber auch eine Evidenz oder ein Grund ist. Und jetzt ist die Frage, was machen wir daraus in der Philosophie? Da haben wir ja diesen Fall so oft. Ein wichtiger Punkt ist, dass wir im Grunde nicht abschätzen können, ob unser Gegenüber gleich kompetent ist. Denn die Kompetenz, auf die es da ankommt, ist tatsächlich die Wahrheitshäufigkeit. Ich denke, Urteilsenthaltung nur dann, wenn die Gründe beiden Seiten genau dieselben Gründe bekannt sind. Und ich versuche zu zeigen, dass in der Philosophie oft private Gründe eine Rolle spielen, die gar nicht gut austauschbar sind. Zum Beispiel Intuition. Wenn ich eine Intuition habe und ich teile meinem Gegenüber die Intuition mit, hat er nicht die Intuition. Er weiß, dass ich die Intuition habe, aber er hat sie nicht. Das heißt, die Gründe sind gar nicht gemeinsam. Das führt schon zu unterschiedlichen Urteilen. Und dann sind wir beide gleich gut auf der Basis dieser Intuition, um Schlussfolgerung zu ziehen. Dafür müssten wir wissen, wer wie häufig Recht hatte in der Vergangenheit. Da die Philosophie aber so durchtränkt mit Dissensen ist, können wir das nicht entscheiden. Wenn das gilt, diese Dissanalogie, die ich versuche aufzumachen, müssen wir uns nicht in der Philosophie nicht immer des Urteils enthalten. Es würde aber natürlich, wenn es diese vielen Dissense gibt, eine entscheidende Bedeutung haben für die Philosophie als Disziplin. Vermutung ist, dass wir sehr viel weniger Dissense haben, als wir glauben. Die Dissense sind gehighlighted. Da fällt die ganze Aufmerksamkeit drauf. Aber man kann einfach eine Liste erstellen von Meinungen und Theorien, die sich durchgesetzt haben und klarerweise von allen akzeptiert wurden. Zum Beispiel galt bis 1963 die These, dass das Wissen gerechtfertigte wahre Meinung ist. Dann kam Edmund Gettcher, hat ein Gegenbeispiel gebracht und alle haben es akzeptiert. Wir haben nicht alle dieselbe Wissenstheorie danach vertreten, aber alle haben gesehen, okay, gerechtfertigte wahre Meinung kann es nicht sein. Oft sind Konsense sehr, sehr viel weit verbreitet. Sie sind eben nicht so spektakulär. Ich habe einen Bereich der Philosophie, der auch mit analytischer Philosophie zu tun hat, den ich viel in der Lehre verfolgt habe und zu denen ich auch Vorträge gehalten habe, aber immer nicht die Zeit hatte, weil so viel anderes drängte, das tatsächlich in Papierform zu bringen. Und das ist konkret das Problem oder die Frage, ob der eigene Tod für einen ein Übel ist. Das ist eine alte, im Grunde antike Frage. Epikur hat die aufgeworfen und er hatte die verrückte Antwort, dass der eigene Tod eigentlich nicht betrifft, weil wenn der Tod da ist, ist man selber nicht mehr da und er kann einen nur betreffen, wenn man noch da ist. Das ist für viele sehr unbefriedigend gewesen, diese Antwort. Aber viele haben nicht so richtig entwickeln können, wie man das theoretisch gut begründet beantworten kann. Thomas Nagel sagt einfach, ja, Epikur hat nicht bedacht, dass es Verluste geben kann von möglichen Zukunften. Ich hätte ja weitergelebt und hätte dann auch alles Mögliche noch tun können. Das ist jetzt weg durch den Tod und dieser Verlust, das ist das Übel. Ronald Williams hat in irgendeinem Zusammenhang einen Aufsatz, die Sache Makropolis heißt das. Da entwickelte er die Idee, dass eigentlich das Übel des Todes wunschabhängig ist. Nämlich je nachdem, welche Wünsche man hat, vor allen Dingen auf seine eigene Person bezogen, ist der Tod ein Übel oder eben nicht. Und ich habe das Modell, die Modelle aufgegriffen und versucht zu zeigen, dass Ronald Williams ein Modell viel besser ist, weil es relevante Unterschiede besser erklären kann. Und es gibt so vier bis fünf ewige Puzzles in der Frage mit dem Übel des eigenen Todes. Und ich habe, glaube ich, als Erster gezeigt, dass man diese Puzzles alle mit dieser wunschrelativen Theorie gut beantworten kann. Und das verbindet aber ein größeres Interesse insgesamt in analytischer Existenzphilosophie. Und ich hätte also Interesse daran, so eine objektive Theorie des Lebenssinns zu entwerfen. Ich würde auch gerne noch weiter über Liebe und Rationalität nachdenken. Das sind alles so Folgeprojekte im Bereich der analytischen Existenzphilosophie. Und ich glaube, ein interessanter Bereich ist, was ich unter dem Stichwort angewandte Erkenntnistheorie behandeln würde. Das sind im Grunde oft konkrete Fragen, manchmal aus der politischen Lebenswirklichkeit, dem Alltag, die aber eigentlich nach erkenntnistheoretischen normativen Antworten verlangen, die aber nicht bekommen. Aber man braucht da allerlei gute Kenntnisse in der Erkenntnistheorie, um sich da im Grunde orientieren zu können. Verschwörungstheorien. Wann können Verschwörungstheorien rational sein? Wann sind sie nicht rational? Ich glaube, man kann die eben weder in Bausch und Bogen verdammen. Es gibt ja Verschwörungen, auch Verschwörungen gegen offizielle Theorien, die real sind und die auch gut begründet waren am Ende. Aber es gibt da interessante und auch problematische Merkmale dieser Theorien, weil Verschwörungen entziehen sich natürlich normalerweise dem Wissen. Das heißt, es gibt sehr, sehr wenig Evidenzen für Verschwörungen. Sie haben auch so eine Tendenz zur Immunisierung, weil immer wenn Gegengründe auftauchen, sagt man, das sind Fakes, die sind gefälscht. In gewisser Weise sind oft auch solche Verschwörungen, natürlich Verschwörungstheorien auch gegen das, was die Autoritäten sagen. Aber in einer arbeitsteiligen, epistemischen Gesellschaft brauchen wir oft die Autoritäten, um das Wissen von ihnen zu bekommen. Wenn jetzt aber unser eigenes Urteil gegen die Autoritäten ist, wie geht das eigentlich? Ich glaube, in manchen Fällen ist es klar irrational. Anders ist es, wenn gewissermaßen bestimmte Autoritäten mir Gründe geben, zu sehen, dass andere Autoritäten tatsächlich Teil einer Verschwörung sind. Im Idealfall oder im Extremfall wäre das ja gewissermaßen die Rassentheorie in der Nazi-Zeit. Das ist auch, wenn man so will, eine ideologisch fundierte Verschwörung. Sie erklärt eben bestimmte Dinge, die man biologisch beobachten kann, durch eine nachweislich falsche Rassentheorie. Aber alle Experten stimmen darin überein, also deutschen Experten der Zeit. Aber wir haben natürlich Experten außerhalb von Nazi-Deutschland, die was anderes sagen. Und jetzt kann man sich als Laie durchaus aus diesem Autoritätszusammenhang emanzipieren, indem man sich auf andere Autoritäten bezieht. Das scheint mir sehr wohl möglich. Die Frage, wie wir überhaupt uns Autoritäten gegenüber verhalten sollten, rationalerweise. Wenn klar ist, dass wir gute Gründe haben, jemanden für eine Autorität zu halten, dann sollten unsere Gründe aus dem Expertisebereich der Autorität nichts zählen. Gar nichts. Viele würden sagen, die zählen ganz wenig. Die Autoritätsmeinung ist viel höher anzusiedeln. Aber wenn sie auch nur etwas zählen, wird das im Grunde unser Urteil natürlich beeinflussen. Aber wenn wir wirklich glauben, dass die Autorität besser ist als wir und wir, weil wir unseren eigenen Gründen auch nur ein minimales Gewicht geben, zu einem anderen Gewicht umkommen, dann kommen wir eigentlich zu einem von der Autorität abweichenden Urteil, obwohl wir eigentlich schlechter denken, dass wir schlechter sind als die Autorität. Das scheint mir ganz kontraintuitiv. Deswegen sollten wir eigentlich unseren eigenen Gründen im Expertisebereich gar kein Gewicht geben, sondern voll deferieren zur Autorität. Das heißt aber nicht, das ist ja die Befürchtung, die viele haben, dass wir die hilflos und blind der Autorität ausgeliefert sind. Überhaupt nicht, denn es kann vom Expertisebereich unabhängige Gründe geben, die Autorität herabzustufen. Also wenn ich feststelle, der ist müde, wenn ich sehe, dass er bestochen ist, wenn ich sehe, dass andere Experten ihm widersprechen, ja dann modifiziert sich meine Meinung. Das heißt, ich kann immer nur Gründe außerhalb des Expertisebereichs nehmen und das sollte ich auch. Aber ich sollte nie welche nehmen aus dem Expertisebereich. Das scheint mir irrational zu sein. Eine andere Sache zur Methodologie der Philosophie ist die Frage, ob wir Begriffe, die das Feld definieren, wie Wissen, gute Gründe, ich habe es jetzt in Erkenntnis, die wir beides genannt, ob man die eventuell auch reformieren kann. Das ist das Stichwort Conceptual Engineering. Begriffe also verbessern, verändern, vor allen Dingen, wenn sie irgendwie unzureichend sind oder vielleicht sogar inkohärent sind, um dann die zentralen und wichtigen Fragen im Feld besser stellen zu können. Karnab hatte sowas schon mal im Kopf, als er von Explikationen gesprochen hat. Das waren nämlich immer Andocken an Begriffe, die wir haben, aber dann eine Präzisierung, eine Schärfung, vielleicht auch eine teilweise Veränderung eben des Begriffs. Das wird auch auf der Agenda der nächsten Jahre stehen. Ich glaube, es gibt viele Fragen in der Philosophie, die sind so fundamental und so hoch abstrakt und theoretisch, dass sie keinen direkten Nutzen haben. Die Frage, gibt es Eigenschaften oder nur Einzelnes? Oder die Frage, ja, nach dem Wissensbegriff, die hat zumindest nicht direkte praktische Implikationen. Und ich finde, das sind Heere und auch Ziele, die man verfolgen sollte. Also einfach aus Neugier, weil man verstehen will, wie Dinge wirklich grundsätzlich sind. Und das sollte auch wissenschaftlich wirklich, ja, akzeptiert werden und auch nicht irgendwie herabgestuft werden gegenüber anderen Bereichen. Die andere Frage ist aber, ob man nicht auch als Philosoph eine gewisse Verpflichtung hat, sich in gesellschaftspolitisch relevante Debatten einzumischen und damit zu mischen. Da würde ich das bejahen. Analytische Philosophen, ich verstehe mich selbst auch als analytische Philosophen, die haben da generell eine große Scheu. Und zwar aus zwei Gründen. Das erste ist, sie sind eben sehr hohen Standards verpflichtet. Und die Debatten sind natürlich oft unübersichtlich. Sie sind auch sehr aktuell und brisant. Das heißt, man hat nicht eine lange Vorlaufzeit. Und in unübersichtlichen Debatten schnell mit gut begründeten Urteilen herzukommen, ist schwer. Das zweite ist, diese gesellschaftspolitischen Fragen sind oft auch mit Tatsachenfragen vermengt. Also nehmen wir mal das Beispiel der Flüchtlingsdebatte des letzten Jahres, die ja im Grunde immer noch andauert. Wenn man Konsequentialist in der Ethik ist und sagt, wir müssen irgendwie Entscheidungen auch im Lichte ihrer Konsequenzen bewerten, dann wusste niemand so recht, was die Konsequenzen genau sind. Ja, wie viele Menschen lassen wir da rein? Was für Menschen sind das? Was lassen sie sich integrieren? Unterminieren die den Wohlfahrtsstaat? All diese Bedenken bestehen ja. Und viele haben deswegen gesagt, ja, das ist alles viel zu unübersichtlich. Da kann man als Philosoph nichts zu sagen. Ich glaube, dass es da trotzdem Möglichkeiten gibt. Also zum einen, die politischen Debatten, wenn wir die verfolgen, die sind überhaupt nicht normativ orientiert. Es wird nämlich immer nur geguckt, was ist durchsetzbar, was ist praktikabel, was lässt sich irgendwie mit den Mitteln, die wir so haben, einigermaßen bewältigen, auf relativ kurze Sicht. Leckere Sicht weiß man ja gar nicht. Und das dominiert schnell das Feld. Dann noch Ängste dazu gemischt. Und die Philosophen haben einfach die Aufgabe, auch die normativen Ansprüche, also was sollte man denn tun angesichts dieser Dinge, genauer zu durchdenken. Das muss einfach in die Debatte aufgenommen werden. Und das Zweite ist, man kann oft auch konditional argumentieren. Man kann sagen, wir sind uns nicht ganz sicher, was die Tatsachen sind. Aber nach allem, was wir von den Experten hören, gibt es zwei oder drei Szenarien. Spielen wir die mal durch. Für jedes Szenario können wir sagen, was die normativen Verpflichtungen wären. Vielleicht gibt es Schnittmengen bei allen drei Szenarien. Da müssen wir uns gar nicht festlegen. Gerade analytische Philosophen, weil sie so ein hohes Ethos der Genauigkeit, der Präzision, der Argumentationslasten haben, sollten sich in solche Debatten einmischen. Weil sonst mischen sich in die Debatten eben nur Leute ein, die nicht genau argumentieren, die oft ideologisch argumentieren, die voreingenommen sind und diese ganzen Selbstkontrollen nicht haben. Ganz anders als eben von den Scharfmachern im Feld, wie Peter Slotterreich oder anderen.